Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warships mit mir Ben Hoshi und heute wieder mit einem japanischen Schiffchen und zwar dem Schlachtschiff Kawachi. Gesundheit. Ja, großes Rennen. Sehr interessant. Ich bin schon wieder am Ort der Welt. Da bleibt mir nicht viel übrig außer nach oben zu ziehen. Ich werde vorher noch ein Stückchen mal nach oben fahren, also geradeaus fahren, damit ich ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen näher rankomme. Aber eigentlich kann ich auch ebenso gut, machen wir mal, zack, und machen wir dann mal, zack, zack, erst mal. Wie gesagt, damit ich ein bisschen näher rankomme. So, aber damit wir schon mal... So. Da schießen schon die ersten, okay. Ändern wir mal unseren Kurs. Ja, wie soll... Äh, jetzt ist... Du Trottel! Du Trottel! Auch dieselbe Situation wie vorhin, war? Also... Äh... Äh... Apapoka. Apapopak. Haha. Also der kommt mir irgendwie bekannt vor. Äh... 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 Torpedos. Direkt front. Ja, 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 ja... Äh... 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 Ich zieh dich mal zurück, du siehst schon so angegriffen. Achso. Sind ja schon welche da. Ich muss trotzdem andere Seite runterziehen. Ach man. Ruh. Okay. Ich habe nur 10 Kilometer Reichweite hier? Oh, was ist denn das da? Oh, was ist es? Oh. Ich mache nur 15 Kilometer mit der Zeit ab. Ich mache nur 50 Kilometer in der Welt. Ich werde nur 40 Kilometer gehen. Ich habe nur 50 Kilometer, wenn ich 10 Kilometer habe. Ich habe es 10 Kilometer. Ich habe wirklich viele Millionen paisen. Die zwei wirklichen. da gibt es was zu schießen da hier wird was zu schieße nein ach der ding ist ja schon weg auch wieder wenn auch man auch da sieht man sogar ok wenn sich immer die türme schneller drehen könnten wäre ich ganz zufrieden und wo er wollte ihn rammen er wollte da hat er aber mit dem leben bezahlt ja so kann es auch passieren ich sage mal ich kenne mich da aus also die reichweite der kanon ist wirklich abartig da hätten sie ruhig mal ein bisschen mehr machen können aber gut die kawachi ist halt nicht so das große kampfschwein deswegen versuche ich auch ganz schnell von dem schiff hier weg zu kommen ich glaube das nächste schiff ist dann im yogi glaube ich ich will mich da jetzt nicht festlegen schon einige gut angegriffen aber das sind zwar hier in der schlacht sind aber jetzt ja 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 klasse erstmal voll gegen berg und dann auch egal ja Leute lasst uns doch erstmal die schiffe hier killen das sind wieder denn so eine kinder hier und vom teigern kinder Ah, guck mal, na, schau, jetzt sind sie auf einmal raus. Ach, weil er zerstört ist. Hahaha. Ah, ja, flucht. Ich kann ja gleich rumziehen, dann habe ich wieder die volle Breitseite. Ich kann ja gleich rumziehen, dann habe ich wieder die volle Breitseite. Na komm schon, das dauert hier schon wieder viel zu lange. Ich kann ja gleich rumziehen, dann habe ich wieder die volle Breitseite. So, der ist weg. Ich kann ja gleich rumziehen, dann habe ich wieder die volle Breitseite. Ich kann ja gleich rumziehen, dann habe ich wieder die volle Breitseite. Ich kann ja gleich rumziehen, dann habe ich wieder die volle Breitseite. Ich kann ja gleich rumziehen, dann habe ich wieder die volle Breitseite. Ich kann ja gleich rumziehen, dann habe ich wieder die volle Breitseite. Aber natürlich, weil ich ja nicht so ballern kann, wie ich will. Ach, egal. Ist halt so, was soll's. Gut. Aber ich denke mal, dass wir die Runde hier trotzdem noch gewinnen. Obwohl. Oh, doch. Könnte noch gut hinkommen. Das passt schon. Gut. Naja, dann ist es das aber auch schon wieder für heute gewesen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Würde ich mich freuen. Schaut euch auch mal meine andere Let's Play Reihen an. Vielleicht gefällt euch da ja irgendwas. Den könnt ihr natürlich auch meinen YouTube Kanal abonnieren. Dann würde ich mich noch mehr drüber freuen. Und vergesst nicht, beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Wenn es heißt, Ben Hoshi und World of Warships oder auch andere Let's Play Reihen. Wie ihr wollt. Also, wir sehen uns dann. Euer Ben Hoshi.